ich glaube den hätten wir eigentlich gegen den Heli benutzen soll ne 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 ich hab ne idee oh 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 da ist ein Gegner ahu Treffer das macht Spaß da ja okay genug davon ähm gut hoffentlich haben wir alle erwischt ansonsten ja okay der Typ kommt nicht mit von mir aus na dachtest du ich seh dich nicht falsch gedacht ah da bist du ja unser treuer Kamerad hätte ja eigentlich gar keinen Namen soll ich ihnen einen Namen geben ich nenn ihn mal Fred na Fred komm wir ziehen in die große weite Welt und wir machen alles zu zweit na Fred alles in Ordnung bei dir oh mein das sind zu viele nein Fred geh nicht zu nah ran sonst stirbst du nein Fred nein 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 was habt ihr getan Rache da kommen ja immer mehr oh ich sterbe hier gleich toll nein bitte nicht zu viel zurück ah hier sind wir okay das geht noch yay Fred ist noch am Leben das sind echt zu viele eindeutig zu viele bam 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 einfach nur drauf halten noch jemand da hey Fred willst du mal nachsehen ach dann halt nicht wieso kann der nicht mal nützlich sein äh ja okay ihr bekämpft euch ja doch gegenseitig na Pech für euch dass ich die dritte äh die dritte Partei bin und zwar die stärkste von allen Golden Freeman gegen die Marines und die Aliens das könnte interessant werden ähm ah da muss ich durch dann kann ich die Kiste ja hier beruhigt zerstören ähm ist drin keine Ahnung was soll's wir sind eiskalt wir brauchen keine Heilung keine Armung Herrscher oh komm okay hier ist Alien Amor so nenne ich sie jetzt mal so und wieder zurück hier drinnen und ich höre noch mehr Gegner geil oh verdammt ja ja mit der Pistole haha solche miesen miesen Ärsche schießen hier alles auf 15 Energie auf 30 Energie was war das ah ich seh's schon die wollten mich töten hehehe pass hey euch gefährlichst auf damit kann ich hier durch ne was wollt ihr eigentlich alle von mir man ja was soll ich denn jetzt genau machen warte mal was ist das au versteh ich schon wie kann ich wie kann ich das aus der ferne betätigen aha okay ich glaube ich versteh schon so so jetzt aufs auto rauf oder auch nicht nein achso das ding hier kann auch noch ah ne das war ist wieder das auto ähm kann ich da irgendwie vielleicht rauf ne ich muss ja da durchs Loch das heißt ich muss hier rauf ne ich muss ja das hier trotzdem nach oben verschieben geht ja nicht anders ah ne falsch so runter mit dir ne aber wie komme ich jetzt an den schalter ran das ding muss hier doch rauf oder nicht oder ne so geht es ja nicht das ding hier lässt sich nicht verstellen und wir müssen eigentlich hier aufs auto oder ne hier drauf schießen wird wohl kaum was nützen oder ne kaum wohl kaum lol das ding geht ja noch nach all den schüssen wäre das teil eigentlich kaputt aber egal das spiel muss ja nicht logisch sein mal wieder stelle ich mich wahrscheinlich total blöd an ich weiß aber so spontan bin ich doch mir so ein bisschen verwirrt also das ding muss hier ja rauf aber ich müsste eigentlich oben sein das ding müsste oben sein ne ich hab einen ganz kleinen moment Zeit rauf zu gehen den muss ich direkt ausnutzen komm komm ja genau na toll das teil ist jetzt unten dankeschön ähm rauf mit dir so das ganze nochmal von vorne und dann und dann haben wir es auch schon ja und oben nein wieso springst du nicht äh half life half life wieso springst du nicht gone free man das hier ist gone free man und nicht half life das spiel heißt half life nein nein ich bin zu schnell rauf gekommen ja Leute ich schätze mal das wird wohl noch bald hier dauern ne müsste jetzt eigentlich zu machen sein was zum Teufel ist los was ist mit mir los was ist mit mir los verdammt komm natürlich runter oh god so jetzt speichere ich hier ab dann müssen wir nur dann müssen wir nur so laden genau geil ich möchte ganz gerne rüber man er läuft sozusagen aber dann fällt er sozusagen runter geht doch ich bin so blöd den einfachen sprung hab ich verkackt so au oh ne boah das sind viel zu viele bam genug geht mir langsam echt auf die nerven oh mein gott aha bam die waffe ist besser als ich dachte schnell mal runter und die munition schnappen hallo jemand hier drin ne anscheinend nicht wieso hat sie irgendwo heilung das ist gemein das ding hier und das ding hier verstehe ich irgendwie nicht ganz ich weiß ich bin wahrscheinlich ultra blöd ja zum beispiel hier zum beispiel hat man sehr gut gesehen und ich war natürlich wieder mal so blöd und hab nicht gespeichert ist ja klar bin ja ich ja die lädt sich wieder auf das ding mag ich irgendwie wo wollt ihr genau hin schnappt ihn euch habt ihr ihn bist du jetzt tot maaaan ja geht doch noch einer ne ui ah toll ich wollte direkt drüber springen super suppi ne die die waffe hier gefällt mir irgendwie die will ich jetzt öfter so jetzt noch mal ein bisschen leben getankt nice nochmal speichern ich merke gerade ich hab jetzt schon ein bisschen aufgenommen aber ich muss aufpassen dass mir nicht ganz der speicherplatz abhanden geht ich brauchte ihn noch so ein bisschen für weitere aufnahmen deswegen höre ich mal an dieser stelle auf bei half life soros nächstes mal geht's weiter mit viel alien action viel marines und so weiter also ihr könnt euch auf etwas freuen ich hoffe ihr schaltet das nächste mal wieder ein ich bin euer mrsaske63 ciao leute